Schwab-München ist eine Stadt im schwäbischen Landkreis Augsburg. Geografie Schwab-München liegt 24 Kilometer südlich von Augsburg zwischen Lech und Wertach am Westrand des Lechfeldes. Durch die Stadt fließen die beiden Flüsse Feldgies und Singold. Im Westen erheben sich in ca. 5 Kilometer Entfernung die westlichen Wälder. Das Stadtgebiet von Schwab-München grenzt im Uhrzeigersinn von Norden aus gesehen an folgende Gemeinden. Wertachau-Siedlung, Birkachdorf und Gemarkung, Leutau-Dorf, Mittelstädten-Pfahdorf und Gemarkung, Schwab-Egger-Mühle-Einöde. Geschichte Bei Ausgrabungen im Norden der heutigen Stadt fanden sich Hinweise auf keltische, römische und alemannische Besiedlung. Am Osthang des Wertach-Tales wurde ein ausgedehntes römerzeitliches Töpferdorf freigelegt, das man mit dem Ort Repis aus der Tabula Poetingerianer identifiziert. Die ersten Bewohner dieses Ortes siedelten sich in der Regierungszeit des Kaisers Claudius an. Unter ihnen waren verschiedene Handwerker, Bronzegießer und Schmiede, die die Kunst der Eisenverhütung aus Ruherz verstanden. Das Ortsbild wurde von langgezogenen Fachwerkbauten bestimmt, die mit der Giebelseite zur Straße standen. Nur das Badehaus und ein Gebäude, das wahrscheinlich als Tempel fungierte, waren in Stein gebaut. Rapis entwickelte sich zum größten römischen Töpferzentrum im nördlichen Rettin. Der Ort hatte zwar nur ca. 125 Einwohner, doch mehr als 80% von ihnen bestritten ihren Lebensunterhalt mit der Keramikproduktion. In 13 von 16 Anwesen waren Töpfereien untergebracht. Wohnhaus und Werkstatt bildeten eine Einheit. In den Kleinbetrieben arbeitete die ganze Familie, auch die Kinder. In Rapis wurde über fast 200 Jahre Haushaltsgeschirr für Keller, Küche und Tisch produziert. Das umfangreiche Sortiment reichte von der kleinen Öllampe bis zum meterhohen Vorratstopf. Der wichtigste Exportartikel war die Reibschüssel, das gängige Vielzweckgerät der römischen Küche. Aufgrund ihrer Qualität waren die Reibschüsseln aus Rapis hochgeschätzt und weit verbreitet. Sie wurden bis in den unteren Donauraum gehandelt. Um 260 in CHR wurde Rapis in den Germanenkriegen angegriffen, die meisten Töpferwerkstätten zerstört und viele Einwohner getötet. Die Überlebenden konnten die Keramikproduktion nicht mehr aufleben lassen. Die letzten Einwohner verließen zu Beginn des 5. Jahrhunderts das Dorf. In Schwabbeck, einem Ortsteil von Schwabmünchen, finden sich die Reste einer ehemaligen Fluchtburg aus der Zeit der Ungarn-Einfälle. Man datiert sie etwa auf das Jahr 950 n. Chr. und sie hat den Namen Haldenburg. Schwabmünchen wurde erstmals 954 als Castellum-Manta-Hinga in einer Biografie des Bischofs von Augsburg dem HL. Ulrich erwähnt, 1562 wurde die Gemeinde von Kaiser Ferdinand I. zur Marktgemeinde erhoben und erhielt ein Marktwappen. In den Jahren 1804 bis 1806 kam Schwabmünchen unter bayerische Herrschaft. Vorher gehörte es dem Augsburger Hochstift. Am 4. März 1945 wurde Schwabmünchen von einem schweren Bombenangriff heimgesucht, bei dem über 60 Einwohner getötet wurden. Ein Viertel des Stadtgebietes wurde total zerstört, zwei Drittel wurden schwer beschädigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die Bevölkerung durch den Zuzug von Heimatvertriebenen stark an und so wurde Schwabmünchen 1953 vom Markt zur Stadt erhoben. Am 1. Juli 1972 wurde im Zuge der Kreisreform der ehemalige Landkreis Schwabmünchen mit Teilen des Landkreises Wertingen in den Landkreis Augsburg-West eingegliedert. Der am 1. Mai 1973 in Landkreis Augsburg umbenannt wurde. 1978 wurden im Rahmen der Bayerischen Gemeindegebietsreform mehrere ehemals selbstständige Kommunen nach Schwabmünchen eingemeindet. Birkach mit heute 176 Einwohnern wurde bereits 969 als Pierich A. urkundlich als gutes Augsburger Frauenkloster sein. Stefan erwähnt, es liegt etwa 7 Kilometer westlich von Schwabmünchen im Schwarzachtal. Klimmach mit heute 248 Einwohnern existiert bereits seit dem Frühmittelalter, wurde aber erst 1482 erstmals urkundlich erwähnt. Klimmach ist ein bedeutender Wallfahrtsort in der Diözese Augsburg. Klimmach liegt etwa 6 Kilometer westlich von Schwabmünchen auf der Höhe zwischen Werthagebene und Schwarzachtal. Mittelstädten mit heute 541 Einwohnern liegt 2 Kilometer nördlich von Schwabmünchen und wurde 1316 erstmals als Besitz des Hochstifts Augsburg. Urkundlich erwähnt, Schwabberg mit heute 801 Einwohnern wurde erstmals 1110 urkundlich erwähnt. Es liegt etwa 5 Kilometer westlich von Schwabmünchen am Rande des Anstiegs zum Staudengebiet zum Kalvarienberg-Schwabberg und der Werthagebene. Einwohnerentwicklung 1840 03 Einwohner 1900 04 Einwohner 1939 05 Einwohner 1961 08 Einwohner 1970 09 Einwohner 2005 13806 Einwohner 2010 13940 Einwohner 2011 13435 Einwohner 2013 14187 Einwohner 2015 14190 Einwohner Politik Sitzverteilung im 24-köpfigen Stadtrat CSU 12 Sitze Freie Wählervereinigung 7 Sitze SPD 3 Sitze Bündnis 90 Die Grünen 2 Sitze Seit 2008 ist Lorenz Müller Bürgermeister von Schwabmünchen Städtepartnerschaften Frankreich Frankreich Seit 7 Juni 1975 besteht eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Giromagny Giromagny liegt 12 Kilometer nördlich von Belfort am Fuß der Wurgesen Kultur und Sehenswürdigkeiten Eine kleine Sehenswürdigkeit und ein Wahrzeichen Schwabmünchens sind die Hexentürmchen 48.18.416.666.666.710,75833333333333 Es handelt sich um ein Tor zur damaligen bischöflichen Straßvogthei errichtet vermutlich im 16. Jahrhundert Hauptartikel Das größte kommunale Kunst- und Kulturgeschichtsmuseum des Landkreises wurde im Jahr 1913 als Bezirksmuseum gegründet. Schon damals beherbergte es Bestände von hoher Qualität und überregionaler Bedeutung. Seit seiner Neueinrichtung 1984 präsentiert es auf vier Stockwerken Zeugnisse der Alltags- und Festkultur vom 17. J. bis zur Gegenwart. Es verfügt über eine einzigartige Sammlung von Kunstwerken der Spätener Zarener und betreibt eine Galerie für Gegenwartskunst, ständig wechselnde Sonderausstellungen und ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm runden das Angebot ab. Die Dauhausstellung zeigt zunächst archäologische Funde aus dem römischen Töpferzentrum Repis, das einst auf dem heutigen Stadtgebiet gelegen war. Die Schaufenster zur Geschichte Schwabmünchens geben anschließend einen Blick in die wechselhafte Historie der Stadt. Jede Menge Information für ortsgeschichtlich Interessierte, doch mehr als drei Viertel der Ausstellungsfläche sind Bereichen gewidmet, die nicht mit der Regionalgeschichte in Zusammenhang stehen. Hier begegnet man U. A. einer umfassenden Sammlung europäischer Andachtsgrafik aus dem 17, 19, J. H. Sakralen Skulpturen aus dem 16, 19, J. H. Keramik, Zinn, Kleidung oder Möbeln und Spielen aus drei Jahrhunderten. Die Galerie präsentiert in ihrem historischen Teil die Malerei der Spätener Zarener Schule, hier vor allem Werke Ferdinand Wagners, der 1819 in Schwabmünchen geboren wurde. Ein eigener Raum ist einem im Nazarener Stil gestalteten Heiligengrab vorbehalten. In der Krippensammlung des Museums befindet sich eine bewegliche Nazarener Papierkrippe aus dem 19, J. Werke aus der Sammlung zeitgenössischer Kunst sind in der Galerie gegenwart zu sehen. Sie hat sich mit ihren Sonderausstellungen bei Künstlern und Besuchern einen sehr guten Ruf erworben. Besonderen Schwerpunkt legt auch das Museum auf ein abwechslungsreiches Sonderausstellungsprogramm, das sich auf lebendige Weise mit Vergangenheit und Gegenwart auseinandersetzt. Die Vielzahl der Themenbereiche bietet Informatives und Unterhaltsames für alle. Insbesondere für Familien werden immer wieder interessante Ausstellungen angeboten. Ein bis zweimal im Jahr lädt das Museum zu einem Museumsfest besonderer Art ein. Daneben bietet es Z. B. mit Musikveranstaltungen, Zeitzeugenabenden oder der Langen Nacht ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Der Eintritt ist frei. Für Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen ist ein Besuch problemlos möglich. Im Städtischen Museum ist die Stadtgeschichte seit der Römerzeit dargestellt 48.18.383.333.30.310,7608333333333. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist der Strickerbrunnen am Schranenplatz 48.17.8333333333333310,758611111111111. Er wurde von dem Bildhauer Karl Lührichnusch erschaffen. Rechts und links unterhalb des Strickers stehen ein Lamm und eine Ziege. Eine Geschichte erzählt, dass wenn sich zwei Personen gleichzeitig auf diese Tiere setzen, diese ihr Leben lang Freunde bleiben. Der ca. 12 Hektar große Luitpoldpark 48.18.5555555555610,748611111111111 im nordwestlichen Stadtbereich ist mit Bachläufen, Einsteinweiher, Goldfischweiher. Mariengrotte, Kinderspielplätze und erhöht stehender Pagode auf dem Rodelberg gestaltet. Im Jahr 1915 wurde der Park auch Standort einer kleineren Wieserstatue, die leider am 9. April 1919 von Unbekannten entwendet wurde. Alljährlich findet in Schwabmünchen am letzten September Wochenende der Michaelimarkt, der örtliche Jahrmarkt, statt. Veranstaltungsort für kulturelle Veranstaltungen ist die Stadthalle Schwabmünchen. Sie wird von Künstlern aus ganz Deutschland und von den einheimischen Vereinen genutzt. Der Kammerchor Schwabmünchen führt dort seine Frühjahrskonzerte auf. Seit mehreren Jahren findet rund um die Geierburg am letzten August Wochenende das Singgoldsandfestival statt. Es wird vom Jugendbeirat der Stadt getragen. Jahr für Jahr organisieren rund 150 ehrenamtlich tätige Jugendliche das Festival für ca. 6000 Geste. Neben vielen kleinen Bands traten auch schon Musiker wie die Ohrbauten Blumio, Claire, Iripartie oder Itchy Pupskit auf. Das Festival dient aber auch lokalen Bands als Plattform oder als Sprungbrett nach oben. Wirtschaft und Infrastruktur. Schwabmünchen ist enthalte Stelle im Augsburger Verkehrsverbund. Züge verkehren auf der Bahnstrecke Augsburg-Buchlohe im Halbstundentakt. Über Umgehungs- und Zubringerstraßen ist die Stadt an die Autobahn ähnlich ausgebaute Bundesstraße 17 Richtung Augsburg und Landsberg am Lech. Am Schulstandort Schwabmünchen befindet sich die St. Ulrich Volksschule, die Leonhard-Wagner-Mittelschule, die Leonhard-Wagner-Realschule, das Leonhard-Wagner-Gymnasium sowie die Landwirtschaftsschule Schwabmünchen und die Berufsfachschule für Diätassistenten. Das Kommunalunternehmen Wertach-Kliniken betreibt in Schwabmünchen ein Krankenhaus mit den Schwerpunkten Innere Medizin und Allgemein- und Viskeralchirurgie, weitere Abteilungen Anästhesie und Intensivmedizin, Belegabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe, Belegabteilung HNO, Belegabteilung Gefäßchirurgie. Das Krankenhaus verfügt insgesamt über 138 Betten. Quelle Der Bekleidungshersteller Schöfel hat seinen Hauptsitz in Schwabmünchen. Weiterhin bekannt ist der Ort für die Zettler-Kalender. Das Unternehmen Osram betreibt in Schwabmünchen ein Werk für Dritte und Chemie. Weiterhin besteht die Wirtschaftsstruktur überwiegend aus mittelständischen Unternehmen verschiedenster Branchen. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen befindet sich in der Fugastraße 64 in Schwabmünchen. Der Zuständigkeitsbereich Lepi-Schwabmünchen umfasst die Stadt Schwabmünchen und die Orte Graben, Großeitingen, Hiltonfingen, Kleineitingen, Kloster Lechfeld, Langen Neufnach, Langeringen, Mickhausen, Mittel Neufnach, Scherstätten, Schwabmünchen, Untermeitingen und Walkerzofen. Die Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes befindet sich in der Fugastraße 42 in Schwabmünchen. Hier sind ein Notarzt, ein Satzfahrzeug, ein Rettungswagen und ein Krankentransportwagen stationiert. Das NEF und der RTW sind 24 Stunden täglich besetzt, der KTW 12 Stunden täglich. Einen fest definierten Zuständigkeitsbereich gibt es hier nicht. Die integrierte Leitstelle Augsburg alarmiert immer das nächste zur Verfügung stehende Rettungsmittel. Verwaltungsgrenzen spielen hier keine Rolle. Das Einsatzgebiet ist weitgehend der südliche Landkreis Augsburg. Das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Schwabmünchen befindet sich in der Riedstraße 91 in Schwabmünchen. Hier sind ein Lösch und ein Rüstzug stationiert. Einen fest definierten Zuständigkeitsbereich gibt es hier ebenfalls nicht. Die Feuerwehr Schwabmünchen wird wie der Rettungsdienst über die ELS Augsburg alarmiert. Das Einsatzgebiet umfasst im Allgemeinen die Stadt Schwabmünchen selbst, sowie zur Unterstützung alle Stadtteile von Schwabmünchen und die umliegenden Gemeinden. In den Stadtteilen Schwabbeck, Birkach, Klimmach und Mittelstädten gibt es eigenständige Feuerwehren. Die Feuerwehr Schwabbeck ist mit einem Löschgruppenfahrzeug ausgestattet. Die anderen Stadtteilfeuerwehren jeweils mit einem Tragkraftspritzenfahrzeug. Der Ortsverband Schwabmünchen des Technischen Hilfswerks existiert seit 1973. Die Unterkunft befindet sich in der Augsburger Straße. In Schwabmünchen ist ein technischer Zug mit der Fachgruppe Infrastruktur stationiert. Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf den gesamten Landkreis Augsburg. Der TSV Schwabmünchen ist der dominierende Sportverein in Schwabmünchen. In 17 Abteilungen bietet er für verschiedene Zielgruppen viele Sportmöglichkeiten. Bogenschützen, Badminton, Fußball, Handball, Inlineskater, Hockey, Judo, Leichtathletik, Reha-Sport, Schwimmen, Ski, Stockschützen, Taekwondo, Allkampf, Jitsu, Tennis, Tischtennis, Turnen, Volleyball und Triathlon. Die Veröffentlichung des TSV ist der Sportsflash. Persönlichkeiten, Hauptartikel, Söhne und Töchter der Stadt, Leonhard Wagner, Kalligraf, nachdem auch die Haupt- und Realschule sowie das Gymnasium der Stadt benannt sind, Ferdinand Wagner, Kirchenmaler, Josef Völk, liberaler Reichstags- und Landtagsabgeordneter aus Mittelstädten, Hermann Geigers, römisch-katholischer, geistlicher und Theologe sowie Autor, Maria Blum, Politikerin, Reichstags-geordnete, Professor, Doktor, Werner Huss, Althistoriker, Werner Possat, Filmproduzent und Regisseur.